Zu hören, um den anderen besser zu verstehen. Auch darum geht es bei der 16. Ordentlichen Generalversammlung, die derzeit in Rom stattfindet. Über 360 stimmberechtigte Mitglieder beraten über die Zukunft der katholischen Kirche, darunter auch 54 Frauen. Für Bischof Bertram Meyer ist es die erste Bischofssynode, die er mitgestalten kann. Wer in die Synode geht, sollte zunächst mal den Mund halten und die beiden Ohren öffnen. Wir haben zwei Ohren, mit denen wir von verschiedenen Richtungen her gut hören sollten. Einander wohlwollend zuhören, nicht verhören, nicht aushören, um dann zu gegebener Zeit das Wort zu ergreifen. Also Synode beginnt mit dem Hören. Gott selber ist, wenn Sie so wollen, ein synodaler Gott. Denn er hört die Schreie, die Nöte, die Freuden der Menschen. Und dann spricht er erst das Wort aus der Stille heraus. Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Reformprojekte von Papst Franziskus. Beim Auftaktgottesdienst auf dem Petersplatz sprach er von einer geeinten und geschwisterlichen Kirche, die zuhöre, in den Dialog trete, ermutige, helfe, aufrüttle und den Weg zum Glauben eröffne. Die vier Wochen in Rom werden daher prall gefüllt sein mit der Frage, wie kann eine Kirche aussehen, die synodal lebt? Zunächst mal heißt Synodale Kirche, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Zum Zweiten aber haben wir einen ganz besonderen Weg genossen, der uns vorausgeht, nämlich Jesus Christus in seinem Heiligen Geist. Also der gemeinsame Weg, er startet und er findet sein Ziel in Jesus, dem Wort und dem Sakrament. Also Synodale Kirche zirkuliert auch immer um das Sakrament, ganz besonders um die Eucharistie. Die Bischofssynode ist Teil eines mehrere Jahre andauernden Prozesses, an dem sich Katholiken auf der ganzen Welt beteiligen. Den Abschluss findet sie im Oktober 2024 mit einer zweiten Bischofssynode in Rom. Erst dann soll es mögliche Beschlüsse und Empfehlungen geben. Die letzte Entscheidung über einzelne Themen dieses geistlichen Experiments, wie Bischof Bertram Mayer sagt, liegt jedoch beim Papst.